Was ich dem Reiseum nicht sagen, weil der Herrte ist alles. Stimmt, schon. Ah, ich halte wieder auf dem Sanse. Capito! Machen wir doch! Machen wir doch! Doch, wirklich, das brauchst du schon. Ich hab's viele Töten. Ich hab's noch was. Ich hab's noch was. Ich hab's noch was. Ich hab's noch was. Das ist der nächste Malmö. War's nicht so. Ja, weil das nicht gehend, weil das nicht viel macht. Das ist nicht so. Ja, aber die wird hier gefallen. Was bekle ich, Pat? Gibt's ein Bier. Ich hab jetzt halt noch. Was ist denn? Ja, weil du holst's da, du! Ah, das ist... Du, die Sniper! Kann die Sniper sein? Meiner, meiner, meiner! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Jetzt noch, hinter mir, vor mir! Nix, und rechts! An die Türkriegen! Ja, aber schön! Ich bin so, rum! Wenn du schon schimpfst, wenn du schon schimpfst, dann bitte ins Mikrofon reichen. Hahaha! Nase findest! Der wird aber nicht gehettern! Was er zum Schluss gesagt hat. So was hat sie... Wie ist es gesagt worden? Wie verschenkert es halt alles! Das stimmt auch wieder. Nee, ja. Bei dieser. M-M-Mann-Thorin, wenn es nur nicht so cool warst. F-Fack. Aus ist... Ja, die letzte! Ja! Der erste war es nicht. Das ist heftig. Und er ist ein großer Dummi, denn er weiß nicht, wie es geht. Man nennt ihn Friedenkreisen, Unterweisen, die eine Kuh haben, besser als Steinkreise. Ja, sagen Sie, ja, die gehört immer gut. Äh, machen wir. Nochmal, kater Satz. Geh, wo ist denn der untere Abgrund? Supershöhknopp. Gut. Ja, passend wie es da? Supershöhknopp. Ja, 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 ja. Na, 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 na. Was ist denn? Na, na, na. Schwertzauk! Nup! Hauptzauk! Soll er von Basis sagen, er kann ich nicht mehr hören? Käppersau! Ficksau! Wer ist der Drock? Ja, ich gebe es ja noch gar nicht mehr aus. Basis sagt ihr, er trifft sich manchmal zwölfeln mit ihrem Volumen in die Fresse auch. Aber erstens zwölfeln. Ich will auch was abholen. Also bitte, das Sox zu sein, wo wird schon? Ja, das wird. Time to say goodbye. Ich bin so krass! Ja, angekünfte, das S-A-N-D-Ges. Oh, ich bin so krass! No, danke. Ich will das Kissen! Mach mir das Kissen! Ich würde das Kissen, mach mir das Kissen! Du bist ein guter Nebennist. Super schön zu nutzen! Du bist das anders. Der denkt irgendwie, was kommt man mit da? Ja, los, jetzt schießt! Habt ihr da nicht beide ein Handy geöffnet? Nein. Nein. Wir haben euch schon nicht. Keiner von uns. Keiner von beiden. Wir haben beide kein Handy geöffnet. Und du? Irgendwann bin ich schlecht. So, Marcelo? Nein. Warte. Immerhin, oder? Naja, ist auch verkauft. Mhm. War eine Heli-Prinse, oder? Das ist ja so, ja. Ah. Das ist ein super schön zink. 80 Mal an den Klopfen, fast grün, renkt uns an. Ah, machen wir den Einlauf. Aber sonst nichts. Ich möchte so gepoppen, die Poppe ist mein Stil. Und ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht, wohin das Ventil geht. Ich möchte dir gerne sagen, dass ich dich liebe, dein wunderbares Rad, das ich drehen kann. Okay, jetzt wollen die gerade mein Schwert nehmen und wollen die Gnuppen. Nein, wirklich schläft das nicht. Cool. Wir sollen doch einfach die Männer nicht schlüpfen. Ich weiß nicht, sag doch mal einfach. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Okay, das ist ja wohl jetzt nutzend. Gut, ich dachte, ich war wohl irgendwie nicht meine. Ich war ja auch in deinem Wacken-Klopfen, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Stimmt schon. Ich glaube, das hat er eigentlich in Sand. Gut, sei eigentlich ein Nutzen, das hat ich. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht schläft. Vielen Dank. Ganz sanzen, ich muss da was verhitzen. Es tut mir ja leid. Aber ja, komm, hinterholt. Da hab ich hinten geholten. Jetzt checken der... So nach 5 Stunden. Boah ey, ich bin so... Ah, der läuft ja noch. Wir hätten es wissen sollen. Was? Na klar.